Heute möchte ich euch eine Möglichkeit zeigen, ein generatives Sprachmodell lokal auf dem eigenen Computer zu betreiben, sodass keine Internetverbindung erforderlich ist und auch keine datenschutzrechtliche Relevanz besteht. Es wird spannend, es geht los nach dem Intro. Wenn wir mit generativer KI arbeiten, ist das Thema Datenschutz sehr wichtig, denn es kommt ja nicht nur darauf an, ob wir eine E-Mail-Adresse für die Registrierung hinterlegen müssen, sondern ob die Daten, mit denen wir arbeiten, ob die eine datenschutzrechtliche Relevanz haben, ob die sensibel sind, ob die personenbezogen sind etc. So muss ich immer im Einzelfall entscheiden, darf ich eine KI verwenden oder nicht. Abhilfe können hier Open-Source-KI-Tools schaffen. Das sind KI-Tools, gibt es als generative Text-KI oder auch als Bilder-KI, die ich mir lokal auf meinem Computer installieren kann. Da brauche ich keine Internetverbindung und es wird auch nichts auf andere Server übertragen. Vorneweg ist aber zu sagen, Open-Source bedeutet, dass ich mich etwas mit der Materie auseinandersetzen muss. Das ist nicht ganz so intuitiv wie jetzt zum Beispiel ChatGPT. Ich muss etwas installieren, ich muss etwas auswählen, ich muss Entscheidungen treffen. Bei ChatGPT gehe ich einfach auf die Seite und nutze es. Zudem ist Open-Source ressourcenhungrig, denn es kann gut sein, dass ältere Bürorechner hier wirklich in die Knie gehen und nicht mehr mitmachen. Aber lasst uns einfach mal anschauen. Ich habe hier GPT4ALL ausgewählt als Open-Source oder als generative Text-KI, als Alternative zu ChatGPT. Ich kann mir die Installationsdatei auf der Website gpt4all.io herunterladen. installieren und muss dann als allererstes, wenn es dann installiert ist, mir ein Sprachmodell auswählen. Weil das komplette Sprachmodell, die Datenbasis, muss ich erstmal aus dem Internet herunterladen. Und hier ist schon mal so der erste Knackpunkt. Ich muss mir das entsprechende Sprachmodell auswählen. Die sind immer so um die vier Gigabyte groß. Welches ich verwende. Und ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, was für dich jetzt das Beste ist. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Die Anleitung auch nochmal ein bisschen durchlesen oder die Beschreibung durchlesen. Und dann einfach auch mal ein bisschen testen, mit welchen Zwecken und mit welchem Modell man am besten oder am weitesten kommt. Ist das Sprachmodell einmal installiert, ich kann auch mehrere herunterladen, kann ich es mir hier oben einfach aussuchen und dann einfach dieses KI-Tool nutzen, wie jetzt auch ein anderes, wie einen anderen Chatbot zum Beispiel. Ich habe hier auf der linken Seite, habe ich die Übersicht über meine ganzen Chats, auf die ich immer wieder darauf zugreifen kann. Und ich habe auch die Möglichkeit, Verzeichnisse auf meiner Festplatte auszuwählen, wo dann Dokumente drin sind, mit denen das KI-Tool arbeitet. Dazu aber gleich nochmal mehr. Den Chatbot kann ich nutzen, wie ein normales KI-Tool auch. Ich gebe jetzt mit meiner Sprachsteuerung ein. Ich möchte gerne einen Blogbeitrag zum Thema Künstliche Intelligenz in der Bildung schreiben. Komm mal, schlage mir hier bitte eine Gliederung vor. Die Sprachsteuerung, die hat nichts mit dem KI-Tool zu tun, die ist in meinem System hier integriert. Nicht, dass ihr euch hier jetzt gerade wundert. Ich klicke auf Los und ihr seht, es geht sehr, sehr schnell, dass mir jetzt hier, ich sage mal, schon ein Ergebnis erstellt wird. Und hier müssen wir jetzt einfach auch schauen, wie zufrieden sind wir mit dem Ergebnis, wo müssen wir nochmal überarbeiten, wie müssen wir unsere Prompts gestalten, weil die Eingabeaufforderung ist natürlich genauso wichtig wie bei ChatGPT. Und jetzt kommt meine Meinung. Hier könnt ihr mich bitte korrigieren, mir widersprechen, mich ergänzen. Was die Qualität anbetrifft, kommt dieses Open-Source-Modell nicht an die kostenpflichtige ChatGPT-Version dran. Es bewegt sich etwas unterhalb der kostenfreien 3.5er-Version. Das ist mein persönlicher Eindruck. Wenn ihr da andere Ansichten habt, lasst uns bitte darüber diskutieren. Teilt mir das bitte über die Kommentare mit. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir hier aber auch Dateien von unserer Festplatte nutzen können. Da gibt es ein Symbol, da klicke ich drauf und habe jetzt hier verschiedene lokale Dokumente und kann auch verschiedene Verzeichnisse jetzt hinzufügen. Wir wollen mal da Festplatte etwas heraussuchen, diese benennen. Die sind dann unter Local Docs, also lokale Dokumente erscheinen die dann. Und ich wähle jetzt das Eduverse Social aus. Das ist ein Projekt, was wir im letzten Jahr hatten. Und ich hatte in einem anderen Video mit ChatGPT auch schon mal gezeigt, wie ich hier ein eigenes Sprachmodell dazu erstellt habe, für meine Berichte zum Beispiel. Und dieser Ordner, der liegt hier auf der Festplatte jetzt für dieses Video. Der beinhaltet ganz viele Informationen zu dem Thema, zu dem Projekt. Es geht um digitale 3D-Räume in der Bildung, wie sich Kommunikation verändert, wie sich Gruppendynamik verändert. Wir haben hier verschiedene Videotranskripte, Projektantrag, Meilensteinpläne, Konzepte etc. Und die KI soll jetzt auf diese Dateien zugreifen und mir hier Fragen beantworten. Das heißt, ich wähle den Ordner aus und ich sehe an der gelben Umrandung, dass die Local Docs aktiv sind. Und ich kann jetzt auch ganz gezielt Fragen dazu stellen, wie zum Beispiel, was kannst du mir zu der Veränderung von Kommunikation und Gruppendynamik in digitalen 3D-Räumen sagen? So, jetzt kam gerade die Meldung, Searching Local Docs. Das heißt, die Dokumente werden durchsucht. Dieser Ordner wurde am Anfang natürlich nochmal umfangreicher gescannt. Und ich sehe jetzt die Ergebnisse zu meiner Anfrage. Raum für Flexibilität, Mehrdimensionalität, persönliche Expressionen, interaktive Elemente. Also das sind schon alles Sachen, die wirklich auch projektrelevant sind und die auch in den Transkripten vorkommen. Und ich sehe auch hier die Belege bzw. die Verweise und woher der Kontext auch genommen wurde. Und das finde ich auch ganz schön, dass ich hier einfach auch sehe, okay, woher hast du diese Information aus welchem Dokument eigentlich, sodass ich sehe, da ist was Falsches drin, es vielleicht auch in der Datenbasis auch nochmal bearbeiten kann. Auch hier gilt natürlich die Überprüfung über die Qualität der herausgegebene Texte. Die hat natürlich auch sehr stark mit den Prompts zu tun, mit denen ich arbeite. Das ist genau das Gleiche wie mit ChatGPT. Und für wen das jetzt hier einfach aus Neuland ist, der schaut sich vielleicht auch nochmal unsere ganzen ChatGPT-Videos zu dem Thema an. Aber lasst uns einfach auch nochmal darüber diskutieren. Habt ihr Erfahrungen Thema Open Source KI? Ich bin da jetzt auch nicht so der Experte. Ich nutze es ab und zu mal. Meine Meinung habe ich in diesem Video zu der Qualität auch schon mal gesagt. Aber ergänzt das doch mal bitte. Wo seht ihr den Mehrwert, gerade so in der Balance zwischen Datenschutz und ja auch Datenautonomität und eben auch der Qualität der Ergebnisse? Habt ihr dort eine Meinung dazu? Lasst es mich wissen, lasst uns diskutieren. Ansonsten euch erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss.